Heute gehen wir wieder ins kleine Theater von George. Wir haben Besuch vom Steinhausorchester aus Deutschland. Wir sehen das als kleinen Ruß an uns. Viel Spaß auch für euch. Bis dann. Tschüss. Wir begrüßen wirklich die Starringhausorchester zu unserem kleinen Theater-at-the-Market-Community-Theater. Wir begrüßen uns. 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 Amen. 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 It's called The MJ. It's the duck. And it's a story about a small little cute duck. And it's a very special duck because it's a very intelligent duck. Das Dug studiert Medizin und arbeitet als ein Doktor. Und es war so ein famouses Dug. Die TV kam und kam auf die Show und es war ein Dokumentary. Und dieses Dug hat ein sehr spezielles Körper, weil es zwei lefte Feet hat. Das Dug mit zwei lefte Feet. Und dieses Dug ging zu einem Schuh-Shop, wo man Schuhe kaufen kann und fragt, Entschuldigung, haben Sie Flip-Flips? Wieder die deutsche Humor. In Deutschland ist es sehr, sehr lustig. So, und unser Dug heute heißt Hermann. Und um diesen Titel zu spielen brauchen wir natürlich einen Conductor. Und das ist Roland's Auge. Das Dug. Das Dug. Das Dug. Das Dug. Das Dug. Das Dug. Da. Das Dug. Das Dug. Das Dug событиn wir später. Das Dug. Das Dug. Das Dug. Das Dug. Das Dug. Musik 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 It's time here called Over the Waves, Über den Denen And when I'm thinking about waves I have to think about our little boat trip to Robben Island And we thought it would be a very short trip, maybe 5 minutes And then it were over 5 hours It felt like 5 hours And the problem was the sea wasn't dead It was... Let's think about something I don't know, over the waves, under the waves What's happening under the waves I've seen a little scene There was a shark There was a shark under the waves And it was solving a crossword A shark solving a crossword And it was a very difficult crossword And there was a barracuda Coming nearby And the shark asked him Here, a barracuda One moment There's a question Five letters And it's a big fish With very sharp teeth What could it be? Five letters? I don't know And the barracuda said Hey shark You have to think by yourself It's very easy And shark said Ah of course Yes Five letters To think about me Peter Okay, forget that And Over the waves It's a waltz And you can learn A very good german thing And yes How to schunkel You know schunkeling? It's This Schunkeling Schunkeling It's not Schunkeling Schunkeling It's not Schunkeling Is with the whole body The whole Complete Energy Of your whole body Has to be in the Schunkeling It's a very motivating And important thing So you can all Join the Schunkeling And then it will be A wonderful piece of music Over the waves guys You know Where are you To pray yes And Musik 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 Und das ist alles, was man muss wissen. Aber was ich wollte in der ersten Konzerne sagen, ist die Frage, was die richtige Sprache ist. Und meine Frau, vielleicht ist es Cockney Englisch oder es ist es britisch Englisch. Und was ist die richtige Sprache? Ist es Englisch oder Englisch oder Französisch oder ist es Musik? Das ist Englisch. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018